Dynamo TV aus dem Trainingslager wird präsentiert von Dintour, der Spezialist für Angelreisen und Ferienhäuser in Norwegen. Willkommen in der wunderbaren Welt von Dynamo Dresden, Gottsweh. Der Verein war bereits seit vergangenem Sommer an deiner Verpflichtung interessiert. Wie glücklich bist du, dass der Wechsel jetzt perfekt ist? Ich bin sehr glücklich und sehr glücklich, dass ich die Dynamo Familie mitgekommen bin. Ich bin sehr glücklich, dass ich den Christen und den Klub vorgekommen bin. Ich habe ihnen immer gesagt, dass ich das möchte. Sie haben hart und ich habe auch hart auf meine Seite. Und ich bin hier, ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin. In Deutsch hast du einen ganz besonderen Vornamen, Gottes Weg. Wie oft hast du in deinem Leben eigentlich schon Wurzspiele über deinen Vornamen gehört? Ein ziemlich vieles Mal. Ich habe in Sweden drei Jahre gespielt, in Denmark vier Jahre gespielt. Leute machen meinen Namen, aber in einem guten Weg. Aber das am meisten, was ich immer höre, ist, welchen Weg sie gehen sollte. Es geht den Gott's Weg. Ich bin immer stolz, dass Leute meinen Namen machen, in einem guten Weg. Auch wenn es in einem guten Weg ist, wir haben immer das Leben, in jedem Moment. Ich mag es. Wie kam die Entscheidung zustande, dass du deinen Vornamen Gottsweh auf dem Trikot trägst? Eigentlich war es, als ich geboren wurde und meine Eltern werden mich nennen. Es war nur meine Mutter und meine Eltern. Niemand von meinen Familienmitglieden kamen. Die Namen kamen aus meiner Eltern, meine Mutter. Er war nur jemand da, die alles zu sehen. Ich werde mich auf Gottes Weg nennen, das bedeutet, dass ich auf Gottes Weg, Gottes Weg in meinem Leben sein werde. Und das wird mich an meinem Bestand. Und das ist das, was du willst? Ich habe Gottes Weg auf meinem Bein. Was weißt du schon über deinen neuen Verein Dynamo Dresden? Ich weiß, sie sind einer der verrückten Fans in der Liga. Nicht nur die 2. Bundesliga, sondern in Deutschland. Und ich mag das. Und ich mag die Stadt. Ich habe hier in der Stadt geschaut. Es ist wirklich schön und ich mag es. Ich habe ein paar Leute kennengelernt und die Fans auch. Und sie sind alle schön. Ich fühle mich wirklich gut. Ja. Dynamo Dresden steht derzeit auf dem letzten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Bist du überzeugt davon, dass Dynamo Dresden in der 2. Liga bleibt? 100 Prozent. Ich bin sehr überzeugt. Und ich bin auch hier, weil ich glaube, was der Klub macht. Und ich habe ein starkes Glauben. Und ich weiß, dass es das gleiche ist mit den Spielerinnen und den Fans auch. Und die Coachingstaff. Also ich bin 100 Prozent sicher, dass wir in der Liga bleiben. England, Schweden und Dänemark. Du spielst seit sieben Jahren in Europa. Welche Ziele verbindest du mit dem Wechsel nach Deutschland zu Dynamo Dresden? Eigentlich, seit ich ein Kind war. Mein Traum ist PSG. Aber ich mag immer den deutschen Fußball. Als ich in der Schweiz spielte, war mein nächstes Tag, zu den Dänemark und in der Dänischen League spielen. Und dann in Deutschland. Und es scheint, dass alles funktioniert, wie ich es wollte. Ich bin sehr glücklich, in Dynamo Dresden zu spielen und in der deutschen League spielen. Du hast in den vergangenen vier Jahren beim FC Null Jaland gespielt. Der Verein aus Dänemark ist in Europa dafür bekannt, junge, talentierte Spieler besser zu machen. Welche Dinge hast du dort gelernt, von denen du heute profitierst? Ich habe viel gelernt. Ich war da, als ich 21 war. Das war eine der jüngsten Teams in Europa. Und wir arbeiten zusammen als junge Spieler. Es ist einfach wunderschön. Es gibt keine Erfahrung im Team. Aber wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten zusammen. Wir machen uns glücklich. Wir machen uns selbst glücklich. Und wir sind bereit für das nächste Level in der Fútbol-Live. Ich glaube, dass ich mich in Dynamo, in einem großen Club habe. Ich habe die kleinen Dinge gelernt, um mich besser zu machen. Und um das Club auch besser zu machen. Ich glaube, dass ich die Möglichkeit habe, nach Dynamo Dresden zu kommen. Deine Heimat ist Ghana. Dort bist du geboren und aufgewachsen. Was ist der größte Unterschied zwischen Europa und Afrika? Ich denke, dass es nicht mehr Unterschiede ist. Aber es ist viel besser in Europa. Es ist viel besser in Europa. Mit den Facilitäten und den Spieler zu bekommen. Aber es ist viel besser. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin froh, dass ich hier bin. Es ist viel talent, in Ghana. Und einige sind zu erreichen, zu bekommen, die zu Europa. Aber sie arbeiten, die ich sehr stolz. Und ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin froh, dass es nicht leicht ist. Es gibt Tausende Spieler in Ghana, die diese Möglichkeit suchen. Ich denke, wenn du es bekommst, musst du arbeiten und sie holen. Die Unterschiede zwischen Ghana und Europa ist ein bisschen über die Facilitäten und die Möglichkeiten, die wir in Ghana bekommen. So, ein Traum ist für dich in Erfüllung gegangen. Wie ist der Kontakt zu deiner Familie in Ghana? Ja, meine Familie ist in Ghana. Als ich in Sweden, Denmark spielte, und jetzt hier. Meine Familie ist immer in Ghana. Wir sind immer in Kontakt. Videocalls und Chats. Es ist immer die gleiche Verbindung. Ist deine Familie stolz auf dich? Ich bin sehr stolz auf mich. In meiner Familie bin ich der einzige. Und in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, bin ich der einzige, und alle wollen es als professioneller Fußballspieler machen. Also sind sie wirklich stolz auf mich. Und ich bin stolz auf mich. Wir Deutschen sind bekannt für Disziplin, Ehrgeiz und Ordnung. Die Leichtigkeit geht uns im Alltag des Lebens manchmal ab. Was ist dir im Leben wichtig? In meinem Leben ist es, zufrieden, zu respektieren, zu älter oder jünger. Ich muss nur Liebe zeigen, denn je mehr Liebe zeigen, die Menschen, je mehr Liebe erhältst. Was du mit anderen tun, wird dir gemacht. Und ich glaube, in der Kalma. Was geht um sich herum, kommt um sich herum. Du musst einfach humble sein, respektvoll sein und Liebe für alle. Du bringst als Offensivspieler eine Menge Tempo mit, Schnelligkeit, ist das deine größte Stärke? Ja, das ist meine Kraft, Speed, und Schnelligkeit. Das ist das, was ich liebe. Und es gibt mehr zu kommen. Zunächst bist du erst einmal bis zum Sommer ausgeliehen. Würdest du gerne über den Sommer 2020 hinaus bei Dynamo Dresden bleiben? Ich würde gerne. Und das ist sicher. Das ist das, warum wir in der Liga bleiben müssen, damit ich länger bleiben kann. Eine wichtige Frage zum Schluss für alle Fans, für die Startaufstellung für das erste Spiel gegen Karlsruhe. Wie spricht man deinen kompletten Namen, Vor- und Nachname denn richtig aus? Mein erstes Name ist Gottsway und mein zweites Name ist Donia. Sorry. So, ja. Gottsway, Donia. Ja. Gottsway, schön, dass du bei uns bist. Viel Erfolg mit Dynamo Dresden in der zweiten Liga, bei der Aufholjagd, im Kampf um den Klassenerhalt. Und schön, dass du bei uns bist. Ich glaube, du bist in jeder Hinsicht eine Bereicherung für unseren Verein. Danke. Danke. Danke schön. Danke schön. Ja.